Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Heute ist wieder Samstag, das heißt Cheat Engine Time. Ich habe mir natürlich auch wieder eine Challenge rausgesucht und zwar von meinem Abonnenten Megamaster006. Die Challenge heißt der Meat Bomber. Regeln und Items. Gib dir 4x Minimush, dann soll ich angeblich unsichtbar werden. 4x den Cube of Meat, Magneto und Epic Feetus. Spiel mit Isaac, du darfst keine Itemräume mitnehmen, keine Itemräume, genau. Du darfst keine Items mitnehmen, die um dich schweben. In Itemräume darfst du gehen und darfst sogar das Item rerollen. Dein Ziel ist das Blue Baby. Ich bin ja mal gespannt, ob das geht. Start einmal Isaac. Ihr wisst, erst mal wieder den Raum clearen. Und damit ich mir hier die Items geben kann. Oh, die sterben, kleine Spinne. So. Okay, ähm, Minimush. Lasst mal gucken, wo könnte sich der verstecken? So, Add Item. Passiv. Äh, der Minimush, das müsste doch eigentlich auch Speed sein, oder? Stats Mode. Speed. Ähm, nein. Nein. Gibt's da? Gibt's da? Ähm. Tja, den Minimush natürlich jetzt erst mal wieder finden. Minimushroom. Hab ihn. So, wie oft? Viermal. Ich bin ja mal gespannt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, shit. Bin wirklich unsichtbar. Nicht schlecht. So. Äh, viermal den Cube of Meat. Das ist, äh, mit drin und, äh, äh, ähm, nimm, 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 nimm. Passt mal auf. Orbitals. Müsste das drin sein, oder? Cube of Meat. Viermal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Okay. Wisst ihr, was richtig blöd ist? Ich, ich, seh, ich weiß ja nicht mal, ob ich in die Tür gehe, ne? So, als nächstes brauche ich, äh, Magneto. Ähm. Nimm, 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 nimm. Magneto hätten wir hier. Ja. Und, ähm, Epic Fetus. Epic Fetus müsste normalerweise hier mit drin sein, genau. Zack. Okay, Cheat Engine, die ganzen Häkchen wieder raus machen. Cheat Engine minimieren. So. Ach du Scheiße. Äh, ja. Also ich kann eigentlich nur erahnen, wo ich hingehe, ne? Äh. Da bin ich. Aha. Äh. So kann man sich natürlich selbst in die Luft sprengen, ne? Äh. Äh, ich würde hier gerne rein. Boah. Das, 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 das wird hier echt eklig, ne? Äh. Da bin ich. So. Einmal. Nein. Keinen Schlüssel benutzen. Äh. Nein. Boah, boah, das ist, das ist richtig mies, ne? Und ich darf ja nicht vergessen, ich bin ja so schnell. Homing Bombs. Ich sehe nichts. Ähm. Äh, hallo? Wenn ich denn wenigstens ein Item hätte, was um mich rumschwebt. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich die nicht nehmen darf, ne? Äh, da ist die Tür. A missing page. Nein, danke. So, ich spreng mir hier jetzt einfach mal den Weg frei. Oh, die Lust. Äh, hallo? Hallo, wo bin ich? Pinkie Eye? Health Down. Perfekt. Boah, ich bin echt so schnell, ne? Und das ist auch voll irritierend, ne? Mit dem, mit dem Super Meat Boy. Da denkt man automatisch, man ist in der Nähe von dem, ne? Noch, noch ein Speed Upgrade. Ich wollte es eigentlich nicht mitnehmen, ne? Äh, ich, ich finde den Ausgang nicht. Ich glaube, das wird eine lustige Challenge. Ich werde, denke ich, auch nicht wirklich lange überleben. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ne. Noch eine Health Down-Pille. Kannst dich mal schön verziehen. So, okay. Karte. Hallo, Karte. The Joker. Äh, ich würde sagen, wir gehen zuerst zum Boss wegen Item Rerollen. Hallo, Larry. Das ist ja echt so ein Blindflug, ne? Äh, jetzt nur aufpassen, ne? Wo bin ich denn jetzt? Hier? Hier? Ah, okay. So. Ich habe jetzt nur aufpassen müssen, ne? Ich habe da ein, ein großes Problem. Und zwar, äh, hier wegen weißem Herz und so. Nein, das war zu weit. Äh, ich habe die Tür schon wieder verpasst. Jetzt. Nö? Hier ist ab. Äh, nein, ich hätte gerne die Karte. Dankeschön. Hm. Schupptabupp. Oh. Oh. so einmal hier wieder raus nein gott ist das mies ok weiter gehts karte die empress zack ein bisschen zocken kann nie schaden das bringt mir aber nix ich sehe ja nicht mal wie was wo alte mäßig nein ich kann ich kann mein spacebar item nicht mehr hier lang einmal nach unten rinnt doch nicht dauernd an der tür vorbei hier lang und nein so einmal hier nach unten nummer ein interesse halber nö ist das eklig wenn man nicht sieht wo man hinläuft und vor allem wenn man so schnell ist und ab nach unten nö was ich hier noch kurz gucken möchte nein 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 Okay, die Pestilenz, da kann ich, äh, beziehungsweise das darf ich nicht mitnehmen. Kurz auf die Suppe warten, ne? So, dann werde ich, okay, das geht nicht, einmal hier rüber. Dass ich ja den Cube of Meat nicht mitnehme. Nö. So, hier lang. Äh, ich habe nur einen Schlüssel, das heißt, den muss ich mir für den Itemraum aufheben. Bobs Rotten Head. Äh, darf ich hier auch wieder raus? Dankeschön. Das ist Rainbow Baby. Das könnte ich mir doch sogar mitnehmen. So, Bomben zu mir. Wow. So, hier noch gucken. Äh, ja, zumindest sehe ich jetzt so ein bisschen, ne, wo ich hinlaufe. Und das ist ja nichts, was um mich schwebt. Es ist ja eigentlich ein Begleiter, der auch ein bisschen langsamer ist als ich. Blue Baby Soul. Nein, danke. Shop. Ja, ein Versuch, was wird. Pille. Friends till the end. Okay, dafür kann ich nichts. Aber die sind ja eh gleich wieder weg. So, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig, außer in die nächste Ebene zu gehen. Moment, den könnten wir uns doch, äh, den, genau, die könnten wir uns doch eigentlich noch mitnehmen. Naja. Hat sie ja voll gebracht. Weiter geht's. Hm. Irgendwie komisch, der Run. Jawohl. Selbst gesprengt. So, ich riskier's. Und geh hier so wieder raus. Die nehm ich mit. So, äh, hier link... Waren wir jetzt hier unten? Ja. Dann würde ich sagen, ab nach links. Nein! Äh, böse Stacheln. Ich bräuchte dringend ein bisschen HP. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. So, einmal hier nach unten. Ich häng hier anscheinend wieder in der Wand fest. Und einmal nach oben. Ein Herz für mich. Habe ich dringend nötig? Habe ich dringend nötig? Einmal hier hoch. Right. Tourfahrt. Das bringt mir einen Moment. Zwei Herzen wieder. Ich muss es auch nehmen. So. Das ist echt hart mit den Stacheln. Aber so richtig. Wow. Meat Boy. Der erholt sich ja gar nicht mehr. Habe ich den da wirklich ein bisschen reingepackt, oder was? So, wir müssen nochmal nach links. Bezüglich Itemraum. Chocolate Milk. Ein Range Upgrade. Na komm. Ich mag hier nicht nochmal her. Puh. Also die Stacheln in dem Run, ne? Die werden mir, glaube ich, noch zum Verhängnis. Aber so richtig. Na, dann komm doch her. Ich häng schon wieder in der Wand. So, ich hab beide Geheimräume. Och, nö. Na, kommt. Schlüssel. Ein Herzchen. Und der Kompass soll mir eigentlich relativ egal sein. Oh, Job. Job, Job, Job. Job, Job, Job. Meine Herzen. Happy Upgrade So, da war ich schon Weiter geht's Naja, aber ich muss aber trotzdem Gestehen, für das, dass ich eigentlich Einen absoluten Blindflug hier mache Komme ich doch relativ gut durch Naja, so halb Wo ist mein Steamsail? Äh, nach links Das Problem, was ich auch habe Ich bin einfach zu schnell Äh, hier bin ich falsch Hier bin ich auch falsch Schlüssel Karte Und die Bibel Ah, die Bibel sag ich schon Das Book of Revelations Komm mal her, du Ich darf ja alles mitnehmen Eins Geh doch durch Oh Gott, 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 Gott Gleich zum Boss Ach, wow Das nächste Item, das ich mir nicht mitnehmen darf So, auf die Herzen warten Das Relic Ja, es schwebt nicht um mich Ähm, es läuft mir hinterher Wie, wie Meat Boy Von daher denke ich, ist das in Ordnung Ähm, ein Flug Item Ein Flug Item wäre noch Richtig nice Oh Gott, der Speed, den ich hier habe Puh, knapp So, äh, Moment Rusted Key Soll ich mir das schon mitnehmen? Ach komm Den Boss haben wir schon So, hier ist nichts mehr Also unser Würfelchen Ich habe da unten, glaube ich, nicht geguckt Hier Wegen, äh Wegen, wegen, wegen Ähm Doch, zweiter Geheimraum Ich habe den doch schon Na komm Geh rein Geh Geh doch jetzt rein Oh Gott So, Münzen haben wir genug Die Kerze Möchte ich mir aber nicht mitnehmen Ich glaube, mein Buch ist schon relativ in Ordnung Da ich die Herzen dringend brauche So, mein Buch ist fertig Nehmen wir gleich Und das auch aus gutem Grund Neue Pille Bad Guess Und das war eine Health Down Pille Ich weiß es noch ganz genau So, wir haben hier alles Es geht in die nächste Ebene Wieder zu weit So, hier nach oben Zum Boss Nein Ähm Dem kann ich Abhilfe schaffen Boah, ich wollte einfach nur geradeaus nach oben laufen Ähm Moment Das müsste eigentlich gehen Einmal Zweimal So Genau Ist wieder weg Das habe ich ja voll vergessen Dass das Item hier noch drin liegt So Okay Weiter geht's Also es ist jetzt wieder wie vorher Puh, noch mal Glück gehabt Ich habe keinen Plan, ne Was ich hier mache Äh Friends till the end Komm Gib mir mal die Karte mit Oh, ich habe jetzt einen zweiten Meat Boy Das ist natürlich schlecht, ne Ja, damit müsst ihr jetzt leben Damit müsst ihr jetzt leben Dass ich noch einen kleinen Meat Boy dabei habe Nichts kaputt machen Wow, wow, wow Kann das irgendwie sein, dass jetzt beide Meat Boys nichts mehr machen Doch Na komm Mach doch auf Range Upgrade Ja Bleibt sich gleich, ne So Geradeaus Nach unten Nach oben Aua Okay Einmal hier lang Zu mir Zu mir So Zocken möchte ich nicht wirklich Denn ich sehe natürlich wieder mal null Wo ich überhaupt hingehe Oder sonst irgendwas Ist auch wieder super, ne Na komm Och Wirklich Ach komm Wir haben so viel Kohle Hätte ich mir vorhin den Kompass doch mal mitnehmen sollen Schau mal Justice Heftigst Heftigst So So Ich verkrieche mich in meine Ecke Und auch noch eine Champion Mom Wie gut Wie gut, dass ich irgendetwas gesehen habe Wo ich bin Das ist ein Tick So Einmal nach oben Hier rum Polaroid mitnehmen Und rein da Gott Ihr verlangt zu viel Wofür habe ich mir eigentlich die Karte mitgenommen Ja Sprengen wir uns mal selbst Nope Oh Gott Oh Gott So Einmal hier nach oben Es war ja so klar Dass der Boss nicht hier ist Na Geh doch durch Es ist Es ist so schwierig Seelenherz zu mir Ach ja auch nicht Das ist ja nett Das ist ja richtig nett Dann Nach links Zack Kurz konzentrieren Boss Oh ne Der Tod Der Tod Der Tod Der Tod Ich habe gerade echt ein beschissenes Timing So Nächste Ebene Hm Ich habe echt noch keinen Plan Wie weit ich komme Aber sowas von keinem Plan Aber sowas im Moment aussieht Nicht mehr allzu weit Ich bin zu schnell Ich bin eindeutig viel 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 zu schnell So Hier lang Die Pille kann mich mal gern haben Und ich hoffe mal ich finde relativ schnell zu Moms Heart Hier vielleicht Habe ich Glück Jawohl Hallo Kiste It lives Ja Ja Versteckt mich jetzt hier einfach in der Ecke Okay Okay Ab ins Licht War drei Herzen wieder für mich Richtig gut Puh Ich bleibe jetzt hier einfach stehen Ne bleibe ich nicht So Hier rechts vielleicht Isaac Ne Geh Sterben Okay Dich sprengen wir mal Was ich noch kurz gucken wollte Was war mein Ziel Das Blue Baby Okay Dann nach oben Ich hatte zwar keine Ahnung wo ich bin Wo ich hinlaufe Aber irgendwo ist der Plan vielleicht dann doch aufgegangen Nope Nicht die Bombe zu mir So nach oben War ja klar dass ich hier wieder die ganze Ebene mitnehmen muss um zu Isaac zu kommen Oh what the fuck Kleines Ekel Meins 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 Isaac versus Isaac So Und hier bleibt mir nichts anderes übrig als stehen zu bleiben Okay Ich habe zwar jetzt einen Isaac mehr Okay Ich könnte natürlich auch probieren hier Weil ich so schnell bin Nach oben und nach unten zu laufen Mein Herz Up in the chest Ich kann nicht mehr mitnehmen Kann ich mehr mitnehmen Wo soll ich hier bitte sehen wo ich bin Wo soll ich hier bitte sehen wo ich bin Ein weißes Herz Spiel Träumig So So Loki Jetzt du noch Nach unten Nach unten Ich würde sagen nach unten Falsche Richtung Falsche Richtung Vier Herzen noch Vier Herzen noch Sechs Herzen So Haben wir hier nach oben Hier nach oben So Und da hätten wir ihn auch schon Und da hätten wir ihn auch schon Das war irgendwie gerade ein ganz beschissenes Timing Spoonbänder Homing Shots Na komm Isaac versus Blue Baby Ob ich es denn schaffe ist die andere Frage Das bringt mir jetzt rein gar nichts Okay Es war knapp Es war knapp Aber es war Es war anstrengend Ja Leute Ich hoffe euch hat es gefallen Und wir sehen uns dann Zur nächsten Folge Von The Binding of Isaac Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss üst Auf skills Never ес